Wir alle haben eine Geschichte zu erzählen. Jedes Leben ist tragisch und komisch und lebenswert. Greta wird zur Wettkampfesserin, Toms Herz hält das Viertel zusammen. Die Kollegstufe hat ein Recht auf Snickers. In Papas Feldflasche lebt ein magisches Wesen. Das beste Brot in Tübingen hat ein Geheimnis. Und ein alter Rocker gibt den Traum nicht auf. Audible-Bestseller-Autor Oliver Wunderlich hat 22 seiner Lieblingsgeschichten vom alltäglichen Abenteuermensch zu sein in ein Buch gepackt. Wir, die Anderen ist gut gelaunt, berührend, manchmal zum Weinen oder zum Lachen, aber immer voller Wärme. Kleine Geschichten, großes Gefühl. Wir, die Anderen ist am besten bei der Buchhändlerin des Vertrauens oder unter wir, die Anderen in einem Wort.shop erhältlich. Als Buch, Taschenbuch, im Großdruck, als Hörbuch und als E-Buch. Ich meine, als E-Buch.